Ein neuer Held ist in den Overwatch-Reihen aufgetaucht und sie nennt sich D.Va. Sie ist 16 Jahre alt und anscheinend unbesiegter StarCraft-Spieler. Hm, wie kann man sich das denn wohl vorstellen, wenn man mit ihr im Kampf... Ah, wohl eher weniger so. Na gut, gehen wir lieber zu den Patches rüber. Da wurde die Zielhilfe für die Controller deaktiviert und kleinere Fehler, die zum Spielabsturz führten, entfernt. Das war's.